Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach den gescheiterten Jamaika-Sondierungen nimmt Bundespräsident Steinmeier heute Gespräche mit den Parteien auf. Er wird zunächst mit der grünen Spitze zusammenkommen, danach mit FDP-Chef Lindner. Steinmeier hatte gemahnt, er erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung zu ermöglichen. Für Mittwoch ist ein Treffen mit SPD-Chef Schulz geplant. Dessen Partei lehnt eine Neuauflage der Großen Koalition mit der Union ab. Zur Situation nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche jetzt Thomas Kreuzmann aus Berlin. Der Bundespräsident wird die Parteien an ihre staatspolitische Verantwortung erinnern, doch noch zu einer Regierungsbildung beizutragen. Um 14 Uhr empfängt er die grüne Doppelspitze, Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir. Um 16 Uhr FDP-Chef Lindner. Die Auswahl dieser beiden Parteien zeigt, dass er sie für entscheidende Akteure bei der eventuellen Wiederaufnahme von Gesprächen für eine Jamaika-Koalition hält. Aus der SPD hört man differenzierte Töne. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil, der auf Landesebene eine große Koalition eingeht, zeigt sich nicht abgeneigt, wieder in eine große Koalition auf Bundesebene zu gehen. Und auch bei der gestrigen Äußerung von Fraktionschefin Nahles waren Zwischentöne erkennbar, die es möglich erscheinen lassen, dass es in der SPD Bewegung gibt. Allerdings ist Parteichef Schulz strikt gegen eine neue große Koalition. Der Bundestagspräsident Schäuble wird heute auf das Thema Regierungsbildung um 14 Uhr im Bundestag auch eingehen und damit zurück nach Hamburg. Einen Tag vor einem Gipfeltreffen zum Syrien-Konflikt hat Russlands Präsident Putin den syrischen Machthaber Assad in Sochi empfangen. Im Anschluss sagte Putin, der Einsatz in Syrien komme zu einem Ende. Nun gehe es darum, politische Prozesse einzuleiten. Der russische Präsident trifft morgen seinen türkischen Amtskollegen Erdogan und den iranischen Staatschef Rouhani. Die drei Länder versuchen seit Jahresbeginn im syrischen Bürgerkrieg zu vermitteln. UN-Generalsekretär Guterres hat mit Entsetzen auf Berichte über Sklavenhandel mit Flüchtlingen in Libyen reagiert. Sklaverei habe keinen Platz in unserer Welt, sagte Guterres in New York. Er verabscheue diese Taten. Der US-Sender CNN hatte vergangene Woche Bilder einer mutmaßlichen Sklavenauktion veröffentlicht, auf der afrikanische Flüchtlinge verkauft werden. Libyens Regierung will die Vorfälle untersuchen. Hier noch die Wetteraussichten. Heute meist dichte Wolken mit Regen oder Nieselregen. Im Südwesten am Nachmittag oft trocken und einige Auflockerungen, 4 bis 12 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 10.40 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017